Das Kalk geht seiner Nahrung nach, wo ist die weiße Bühne? Saunt ist sich nicht und ist ihm wach, springt vorn hinauf und heben nach seiner Art zu aller Fahrt, wie sein Natur das lehret und hält sich ja sogar danach, dass niemand sein begehret. Das Kalb ist wild, doch mag es nicht in kurzer Zeit verwehren, jedoch so viel gedunken mich, man mög sein nicht entbehren. Und wer die Kuh will haben mit Ruh, der muss das Kalb aufmehren, bis an den Tag, da ich selten mag den Gerstenhafen wehren. Das Kalb mag wohl am besten sein, wie wohl man's nicht betrachtet. So ist ein Pfeil in solchen Schein, steht sucht und wird verachtet, von Niedermann und Abelan. Und da wir gleich mit waren, vernehmt mich all wems Keil mit Fall. Er mag's wohl lassen fahren.